Wenn du in 2024 immer noch kein Nebeneinkommen durch TikTok aufgebaut hast, dann verpasst du wirklich eine große Chance. Denn damit verdienen andere, mich eingeschlossen, aktuell mehrere tausend Euro monatlich. Und alles, was man dafür tun muss, ist es, diese einfachen AI-Videos zu erstellen, was vielleicht 15 Minuten deiner Zeit in Anspruch nimmt. Genau deswegen werde ich dir in diesem Video in wenigen Schritten zeigen, wie du vorgehen musst, um genau das zu erreichen. Und währenddessen gebe ich dir noch weitere sehr wichtige Tipps, die du unbedingt beachten solltest. Bevor wir dazu kommen, wie du deine erste eigene virale TikTok-Seite erstellst, lass mich dir erst mal zeigen, wieso das Potenzial hierbei aktuell so enorm ist. Denn ich habe dir einen sehr wichtigen Punkt noch verschwiegen. Und zwar wurde erst letzte Woche das Creativity-Beta-Programm durch das neue Creator-Rewards-Programm ersetzt. Welches einem ermöglicht, nochmal mehr Geld zu verdienen. Aber auch nur, wenn du richtig dabei vorgehst. Doch wie viel kann man damit überhaupt verdienen? Nehmen wir dafür jetzt als Beispiel mal die Seite data.lover. Die Videos dieser Seite bekommen teilweise mehrere Millionen von Aufrufen. Und wenn wir jetzt mal auf ein paar der Videos drauf gehen, dann sehen wir, dass zufällig alle über eine Minute lang sind. Was daran liegt, dass du mit dem Creator-Rewards-Programm nur mit Videos Geld verdienst, die länger als eine Minute gehen. Was hier anscheinend super funktioniert. Denn wenn dieser Creator jetzt ein RPM, was Revenue per Mille, also Einnahmen pro 1000 Views bedeutet, von ca. 80 Cent hat, was super realistisch ist, dann hat er ausschließlich mit den letzten beiden Videos auf seiner Seite um die 1400 Euro verdient. Dabei vergessen wir aber, dass er noch haufenweise andere Videos hochgeladen hat, welche über die letzten 30 Tage ca. 10 Millionen Views generiert haben. Was bei diesem RPM dann Einnahmen von 8000 Euro entspricht. Und das alles, indem er nur 10 dieser einemminütigen Videos hochgeladen hat. Wie du siehst, ist das Potenzial hier also wirklich geisteskrank, vor allem, weil die Seite nicht mal drei Monate alt ist. Und von solchen Beispielen gibt es haufenweise, weshalb viele dadurch aktuell ein Vermögen verdienen. Und weshalb du dir wirklich dreimal überlegen solltest, diese Chance hier nicht zu nutzen. Kommen wir nun aber zu den wichtigen Themen, und zwar wie du deine eigene virale TikTok-Seite erstellst. Und davor kannst du gerne auch schon mal ein Like unter dem Video dalassen, das würde mich riesig freuen. Bevor ich dir aber direkt eine neue virale Nische vorstelle, musst du erstmal entscheiden, in welchem Land du deinen Account erstellen möchtest. Dafür hast du im Prinzip zwei Möglichkeiten, die ich selber immer anwende. Das ist zum einen ein normaler deutscher TikTok-Account, da auch das neue Creator Rewards-Programm zum Glück in Deutschland verfügbar ist. Der Vorteil, den dieser mit sich bringt, ist, dass du im Vergleich zu englischen Accounts einfach deutlich weniger Konkurrenz hast. Was erstens daran liegt, dass es natürlich viel weniger Deutsche gibt, die Content machen. Aber einen großen Faktor dabei spielt ebenfalls, dass es noch sehr viele Deutsche gibt, die diese Chancen, mit TikTok Geld zu verdienen, einfach nicht wahrnehmen wollen. Was in Amerika wiederum anders aussieht, weil die wissen, dass man damit Geld verdienen kann. Und deswegen gibt es prozentual viel mehr Menschen, die dazu bereit sind, solchen Content überhaupt zu erstellen. So kann sich trotz einer kleineren Audience, da es natürlich viel weniger Menschen gibt, die Deutsch als Englisch sprechen, ein deutscher TikTok-Account lohnen. Weshalb ich auch ebenfalls mehrere deutsche TikTok-Accounts besitze. Doch auch UK- oder US-Accounts können sich sehr lohnen. Denn wie gerade erwähnt, gibt es dort zwar mehr Konkurrenz, dafür hast du eine potenziell viel größere Audience, die du mit deinem Content erreichen kannst. Weshalb ich dir vor allem, wenn du hochwertigen Content machst, der besser als der Durchschnitt ist, einen englischen Account empfehle, da du dort einfach eine viel größere Audience erreichen kannst. Dabei rate ich dir aktuell sehr zu einem UK-Account, das mit einem US-Tik-Tik-Account ist. Also aktuell Probleme gibt es sich, das Geld auszuzahlen, insofern du niemanden aus der USA zur Hilfe dafür hast. Und das ist eben bei UK-Accounts nicht der Fall, da kannst du ganz normal mit deinen deutschen Daten dein Geld auszahlen lassen, ohne Probleme. Übrigens gilt das auch für die Österreicher oder Schweizer von euch, entscheidet euch entweder für einen deutschen oder einen englischen Account, um mit dem Creator-Rewards-Programm Geld zu verdienen, da dieses leider immer noch nicht dort bei euch verfügbar ist. Nachdem du ein Land gewählt hast, spielt als nächstes die Nische, für die du dich entscheidest, eine der mit Abstand wichtigsten Rollen, ob du erfolgreich auf TikTok wirst. Hier ist zu beachten, dass du nicht mehr wie früher einfach nur Podcast- oder Streamer-Clips hochladen kannst. Du musst spätestens seit dem Creator-Rewards-Programm originelle Inhalte erstellen, um dort überhaupt aufgenommen zu werden und das Geld auszahlen zu können. Ein perfektes Beispiel für eine Nische, die aktuell enormes Potenzial hat, ist die Seite AddTheVibe. Sie befindet sich in der Relaxing-Videonische und generiert zurzeit Millionen von Aufrufen täglich, womit sie Tausende Euro im Monat verdient. Und das mit solchen einminütigen Videos, die wirklich leicht zu erstellen sind. Deswegen ist die Auswahl der Nische so enorm wichtig. Denn wenn du die richtiger willst, dann kannst du mit wirklich gerade einmal 10 bis 20 Minuten Aufwand am Tag viral gehen und Tausende Euro im Monat verdienen. Doch bevor ich dir jetzt zeige, wie du genau solche Videos erstellen kannst, muss ich dir noch ein Geheimnis verraten. Und zwar gibt es zu genau dieser Nische und hoffenweise anderen neuen viralen TikTok-Nischen bereits seit mehreren Tagen komplette Schritt-für-Schritt-Anleitungen in meiner neuen Community, dem Social Circle. An welchen ich über die letzten Monate für euch gearbeitet habe. Aber das ist noch nicht alles. Denn zusätzlich dazu erhältst du einen kompletten zweistündigen TikTok-Kurs, der dir alles erklärt, was du benötigst, um eine virale TikTok-Seite zu erstellen. Und natürlich auch eine Community von Gleichgesinnten, mit denen du dich austauschen, gemeinsam wachsen und Geld verdienen kannst. Und noch vieles, vieles mehr. Deswegen geh jetzt auf den ersten Link in meiner Videobeschreibung oder auf mysocialcircle.de und ich hoffe, wir sehen uns nach diesem Video im Social Circle wieder. Kommen wir nun aber dazu, wie du solche viralen Videos erstellst. Dafür benötigen wir zuerst einmal ein Anfangsbild bzw. Video, welches den Zuschauer dazu bringt, bei deinem Video zu stoppen. Hierbei werden gerade in dieser Nische oft AI-generierte Videos genommen, welche einfach extrem interessant oder schön aussehen und so das Interesse von dem Zuschauer direkt wecken. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Video hier gefunden, welches meiner Meinung nach definitiv den Zuschauer vom Weiterscrollen abhält. Als nächstes benötigen wir aber natürlich auch noch die Bilder, die danach eingeblendet werden sollen. Hierbei würde ich dir eine Mischung aus AI-generierten und echten Bildern empfehlen. Da du so die Zuschauer zum Nachdenken bringst, was jetzt ein AI-generiertes Bild und was ein echtes Bild ist, wodurch du mehr Watchtime und auch mehr Kommentare bekommen wirst. Für die normalen Bilder kannst du am besten auf Seiten wie Pinterest, Reddit oder Pixabay gehen und dort nach etwas wie Cozy Bedroom suchen. So solltest du relativ schnell gute Bilder finden, die sich für dein Video eignen. Übrigens mache ich das jetzt gerade am Beispiel von Cozy Bedroom, weil das aktuell ein Trend ist, der sehr abgeht in dieser Nische. Natürlich kannst du aber auch andere Themen wie schöne Orte, Hotels, etc. nehmen, weil du dort wahrscheinlich weniger Konkurrenz haben wirst. Nachdem wir dann die 4-5 normalen Bilder rausgesucht haben, benötigen wir jetzt natürlich auch noch 4-5 AI-generierte Bilder, wofür wir die Website Leonardo.ai verwenden. Melde dich dafür dort an und gehe auf AI Image Generation. Nun änderst du zuerst einmal das Format in 9 zu 16, damit die Bilder perfekt für TikTok zugeschnitten sind und entscheidest dich dann für eines dieser Modelle, welches dafür sorgt, welche Art von Bild generiert werden soll. Ich bleibe hier aber erstmal beim Standardmodell. Nachdem du das erledigt hast, kannst du oben in die Leiste deine Prompts eingeben. Ich nehme dafür A Cozy Bedroom with an Incredible View und drückst dann auf Generate. Jetzt lest du dieses Bild runter und wiederholst diesen Prozess 4-5 Mal, bis du genug Bilder erstellt hast. Ändere dafür natürlich oben dein Befehl immer ab, dass die Bilder auch unterschiedlich aussehen. Du kannst täglich 10-15 Bilder komplett kostenlos mit Leonardo.ai erstellen. Sollst du aber mehr benötigen, dann erstell dir einfach mehrere E-Mail Adressen, welche du abwechselnd benutzen kannst. So hast du dann am Tag nicht nur die 15, sondern keine Ahnung, 60 Bilder bei 4 Accounts. Jetzt wo wir die Bilder erstellt haben, geht es darum, das Video zusammenzusetzen. Und dafür nutzen wir natürlich das Video-Editing-Programm CapCut, was auch komplett kostenlos ist. Lade dir dafür CapCut auf deren Website runter und öffne ein neues Projekt. Nun kannst du alle deine Bilder und Videos in CapCut einfügen und damit beginn, dein Anfangsvideo in die Timeline zu ziehen und es so anzupassen, dass es zwischen 3-6 Sekunden lang geht. Füge nachdem du das erledigt hast, alle anderen Bilder nacheinander in die Timeline und mache sie ebenfalls zwischen 3-6 Sekunden lang, sodass dein Video insgesamt zwischen 50 und 70 Sekunden lang ist. Jetzt kannst du als nächstes Animationen zu den einzelnen Bildern hinzufügen, indem du auf sie draufklickst und oben rechts im Animationstab einen Effekt deiner Wahl auswählst. Du musst dafür einfach nur auf den Effekt draufklicken. Als letzten Schritt müssen wir nun aber noch den Text hinzufügen. Gehe dafür oben links auf den Text und wähle den normalen Standardtext oder einen anderen, welcher dir gefällt aus. Jetzt kannst du am Anfang etwas hinschreiben wie Which bed are you napping on the hardest? Und dann rechts den Text nochmal so bearbeiten, dass er auch gut aussieht. Danach kopierst du den Text auf das erste Bild und änderst diesen in eine 1 ab und vergrößerst sie ein bisschen. Und das wiederholst du mit all den anderen Bildern, die du dann natürlich 2, 3, 4, 5 und so weiter nennst. Zusätzlich dazu kannst du zwischendrin auch noch Fragen hinzufügen, um die Retention der Leute zu verlängern, sprich, dass sie das Video länger anschauen. Ein Beispiel dafür ist, dass du zum Beispiel nach dem vierten Bild mit einer R.I. Stimme fragst. Kommentiere am Ende dein Lieblingsbett. Jetzt musst du oben rechts nur noch auf Export drücken und dein virales Video in der Relaxing-Nische ist fertig und sieht dann ungefähr so aus. Ich finde, es ist wirklich gut gelungen. Den Sound fügst du dann übrigens beim Hochladen in TikTok hinzu. Nutze dafür einfach einen, den andere ähnliche Seiten verwenden und womit diese viele Views bekommen. Wie die vorhin gezeigte Seite zum Beispiel. Jetzt hält dich auch nichts mehr davon ab, deine eigene virale TikTok-Seite zu erstellen und damit Geld zu verdienen. Wenn du das Ganze aber wirklich ernst nehmen möchtest und noch mehr darüber lernen willst, dann empfehle ich dir wirklich dem Social Circle beizutreten. Da du dort rund um dieses Thema und noch viel mehr lernen wirst, weil ich da wirklich viel Zeit rein investiert habe. Und dich gleichzeitig mit anderen austauschen und gemeinsam wachsen kannst. Und das viel, viel günstiger als die ganze Konkurrenz. Ich hoffe, dass du dir diese einmalige Chance nicht entgehen lässt. Und wenn du keinen weiteren Content von mir verpassen möchtest, dann vergiss nicht den Kanal zu abonnieren. Und auch über ein Like von dir würde ich mich riesig freuen. Wenn du aber wissen möchtest, wie ich innerhalb von 24 Stunden eine virale TikTok-Seite erstellt habe, dann klick auf dieses Video hier. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und ciao.